herzlich willkommen beim eintracht frankfurt podcast ausgabe nummer 494 mein name ist rené außerdem heute mit dabei der duke ja servus hallo ja und ansonsten ist hier halt eher so ja eher so hier diese hier hallo ist da jemand so eine nummer ist das hier heute genau die anderen sind alle irgendwie wegen wegen arbeit und sonstigen dingen beschäftigt deswegen bleibt ja quasi nur noch der rest vom schützenfest und als wenn das nicht schon chaos genug wäre habe ich auch noch geschafft im vorfeld von dieser sendung unsere sendungsnotizen im google drive unwiderruflich zu löschen wenn einer weiß wie man das wieder rückgängig machen kann dann sagt sie mir doch bitte fürs nächste mal von daher machen wir das jetzt hier heute so ein bisschen so ein bisschen free floating freestyle ja sehr gut kriegen wir auch irgendwie hin so ein paar dinge habe ich auch noch im kopf ich weiß nämlich zum beispiel dass wir ja klassischerweise immer mit dem housekeeping anfangen und an dieser stelle danke sagen wollen dafür dass ihr liebe hörerinnen und hörer da draußen uns hier so tatkräftig unterstützt wir sind nach wie vor nahezu komplett durch euch da draußen finanziert also alles was wir hier für technik infrastruktur von mir gelöschte sendungs dokumente bezahlen oder halt eben auch uns hier den ein oder anderen euro mal herausnehmen um vielleicht dann auch so ein bisschen ja dann auch noch von diesem projekt was zu haben so mehr oder weniger das kommt alles von euch da draußen und da sind wir sehr sehr dankbar für und ich weiß noch dass ich da einen namen reingeschrieben habe stellvertretend für euch da draußen der hier erwähnt wird und bedankt wird und das war der felix der kam nämlich die woche mit einer kleinen spende in unsere richtung um die ecke ja und wenn ihr da draußen auch mal gucken wollt wie ihr uns hier vielleicht unterstützen könnt wenn euch das möglich ist auch kleine beträge helfen da schon dann schaut doch mal auf eintracht-podcast.de vorbei da findet ihr eine support-seite und da steht alles was ihr dazu wissen müsst so top ja dann lasst uns da jetzt mal über fußball reden und ich glaube wir machen das jetzt einfach mal so wie wir das in der vergangenen vergangenenheit in den vergangenen wochen wollte ich eigentlich sagen hätte es öfteren gemacht habe nämlich hier fallen fangen mit dem jüngsten ereignis an und das war ja das pokalspiel am dienstagabend 18 uhr spielte die eintracht auswärts in der zweiten runde des dfb pokal bei den stuttgarter kickers gewinnt das spiel am ende mit einem ja ich würde schon sagen soliden 2 0 oder 0 zu 2 dann eben um es korrekter weise zu sagen war jetzt nicht das ansehnlichste fußballspiel der jüngsten zeit ich fand es aber trotzdem irgendwie sehr charmant weil ich fand die atmosphäre halt irgendwie geil also ich habe es jetzt nicht im stadion also ich war nicht in vor ort sondern ich habe es jetzt nur am fernsehen gesehen aber so diese atmosphäre aus dieses kleine stadion du hast die fans gesehen die nah am platz waren es war laut also laut für die verhältnisse es war halt ein kleines ausverkauftes stadion ich weiß auch nicht wen die da als kommentator bei hier sky beziehungsweise wau hatten aber das war auch der war auch so stimmentechnisch so wie man früher fußball geguckt hat ich habe mich so ein bisschen an so fußball aus den späten 90ern erinnert gefühlt kleine enge stadien volle hütte eine ganz so eine besondere art von stimmung ekliger rasen das ding war irgendwie so acker like beide mannschaften haben irgendwie auch so vom vom kicken war das auch so ein bisschen ende der 90er fußball es war halt irgendwie eine schöne atmosphäre bin ich voll bei dir rené also alles alles richtig unterschreib ich komplett old school ja wirklich eine feine sache fußballerisch auf dem platz hast du auch schon richtig gesagt können wir sicherlich gleich in der zweiten an der zweiten Stelle ein bisschen dazu kommen war schon teilweise etwas armut aber ja man muss sagen ansonsten dass ich war leider auch nicht vor ort aber was man auch so mitbekommen hat und ja ich sag mal so wenn der stadion spreche dann ja auch wenn du ja auch derjenige der es moderiert hat war ja auch dann entsprechend der klassische ausdruck oder etwas südländische atmosphäre als ja dann beide lage da auch das halbe stadion nochmal in brand gesetzt haben das ist natürlich was aber auch irgendwie wieder cool gewirkt hat und dann hast du so diese einzelne verlorene seele dann da im fanblock der kickers gesehen der alle fünf minuten da mit dieser pyro fackel einfach gewedelt hat also ich fand es einfach so gut es war auf jeden fall mal wieder angenehm und diese ganzen diskussionen die sonst immer so hochgehypt und ach die bösen und dings und es war irgendwie war es ein schönes fußballfest auf jeden fall man hat gemerkt stuttgart hatte richtig also stuttgarter kickers hatten richtig lust auf uns dass wir da kommen und ja im endeffekt das spiel ja spielerisch die ersten 20 minuten ich sag mal zwei tore gemacht alles prima hausaufgaben erfüllt sternchen gibt es sicherlich nicht dafür aber ja am ende muss man sagen wie oft sind wir in letzter zeit dann auch schon in frühen runden jetzt dann doch ausgeschieden deshalb muss man ja wirklich sagen die hausaufgaben haben sie gemacht die souveränität war teilweise auch gegeben konsequenter am ende ich erinnere mich dann noch an den einen fostentreffer von boré glaube ich war es gewesen ist halt bitter der tat einem schon irgendwie so ein bisschen leid er hat sich halt gerade auch in dem spiel er hatte ja jetzt wenig einsatzzeiten da gibt es ja jetzt auch diese von dir auch glasner bestätigt hat eben dass man da jetzt spricht er hat echt viel gearbeitet fand ich er hat viel mit zurückgearbeitet auch er hat ja auch das 1 0 von moani dann quasi mit vorbereitet also er hätte es halt schon irgendwie verdient gehabt dieses tor zu machen und er will das halt sehr genau machen und schiebt das ding dann da in den pfosten also ich hatte an der stelle schon mitleid mit ihm passt halt zur gesamtsituation wie boré momentan eben ja im kader angekommen ist oder bei der eintracht momentan die form es passt irgendwie alles zusammen dass das ding dann auch nicht reingeht aber gut am ende zum glück absolut nicht spiel entscheidend jetzt sind wir aber wieder beim thema bei stuttgarter kickers kannst du dir sowas leisten auch dass die spiele es wurde ja auch da muss man wirklich sagen hat man schon gemerkt dass viele mal einen gang zurückgeschaltet hatten was mich gewundert hatte war tatsächlich etwas die ausstellung dass so wirklich so wenig rotiert wurde ja aber ich sag mal so glasner hatte ja schon im vorfeld gesagt dass die spieler fit sind und dass die auch wollen so jetzt spielst du dienstag im pokal jetzt spielst du samstagabend spät genau in der liga dann hast du in der woche drauf mittwoch die champions league also da ist ja zeit zum regenerieren durchaus dazwischen und dann ist es halt schon aus meiner sicht eine abwägungssache zwischen wie viel energie geht jetzt da verloren hin zu spielpraxis wenn wir jetzt auch wieder an dem thema sind dass wir jetzt nicht wirklich irgendwie großartig unter der woche trainieren können außer halt eben vorbereitung auf den gegner und so ein bisschen kleinigkeiten du kannst ja jetzt nicht wirklich großartig an automatismen arbeiten dann ist natürlich so ein ding schon auch drin gerade auch wenn du sagst du okay du musst sowieso auf bestimmten positionen notgedrungen wechseln durch den hase beausfall jetzt jakic in der defensive können wir gleich nochmal drüber sprechen wie ich das finde ja dann in nebimbe auf rechts weil da hast du natürlich auch damit auch keine alternative und den den nur halt bislang auf rechts spielen hat es nämlich jakic den brauchst du jetzt in der innenverteidigung damit hattest du ja schon zwei änderungen vorprogrammiert so dann hat jetzt indica noch eine pause bekommen weil man vielleicht auch gesagt hat okay wir wollen auch den smolchic falls wir den mal brauchen dem auch so ein bisschen spielpraxis geben weil der hat ja bislang auch noch nichts gespielt der hatte irgendwie zwei oder drei hier ein wechsel einsätze der hatte vielleicht irgendwie zehn zwölf minuten bundesliga spielzeit bislang also so der muss ja dann da auch mal ein bisschen laufen dann kann ich natürlich nicht auf den anderen positionen auch noch großartig irgendwie durch rotieren ja hast du schon recht obwohl man ja schon sagen muss jetzt für mich ein beispiel wo ich sage wo ich es nicht verstehe ist rode der ja so oder so schon immer es heißt oh muss mal aufpassen wie viele minuten kann er machen dann spielt er bis zur 80 minute knapp das ist einfach für mich eine situation wo ich sage das ist ein körper der muss eher geschont werden da hätte ich gedacht das wäre auch mal was gewesen wenn rode mal ausfallen sollte in den nächsten spielen weil sowas ist hätte man vielleicht auf der position auch noch mal ein bisschen mehr ja vielleicht was verrücktes ausprobieren ja aber auch da ist dann die frage was wäre denn dann deine alternative so kamada der dann somit die erste alternative die mir einfällt und auch für mich gerade eher tendenziell die doppel sechs die ich gerne sehe weil kamada und da können wir ja dann auch nochmal drüber sprechen wenn wir gegen gegen leverkusen sprechen auch da ja ein super spiel gemacht auch gerade in der defensive hat er sich nochmal enorm gesteigert ähm das wäre jetzt sowieso meine präferiertes setting willst du deinem kamada im sinne von belastungssteuerung den dann jetzt die volle zeit laufen lassen ne willst du vielleicht auch nicht find ich nicht dran den kannst du dann noch irgendwie auf die doppel sechs bringen fällt mir als nächster ein in ne bimbel der da auch super funktioniert der spielt aber ja schon auf rechts so also auch da ist ja die variante die möglichkeiten die du halt hast sind halt irgendwie dann wieder endlich man hätte jetzt natürlich auch sagen können okay wir spielen lassen den alidu auf der außenbahn spielen der ja dann später auch noch reinkam der das auch nach wie vor für mich extrem gut gemacht hat und dafür in ebimbel in der mitte hast du wieder eine veränderung mehr so oder du hättest hier an marcel wenig spielen lassen können der halt aber auch noch irgendwie gar keine praxiserfahrung hat und so komplett auf risiko auf der position gehen willst du jetzt auch nicht ja doch gegen die stuttgarter kickers wenn nicht gegen stuttgarter kickers gegen wen denn dann das ist so dass er genau da du sagst du sagst du jetzt im nachhinein sagst du jetzt wenn nicht gegen die stuttgarter kickers wann dann so wenn der das dann aber macht und dann kriegst du dann da von den kickers irgendwie 2 0 blöd nach dem eckball ein ein rein wo du sagst okay das ding kannst du in jedem spiel der welt fangen ist halt da draußen auch wieder jeder unterwegs der sagt von wegen wie kann der nur so risikoreich in der aufstellung gehen also bochum bochum hat ihn gebrannt meinst du ja jetzt mal für ein paar spieler zumindest ja ich weiß was du meinst aber ich muss wirklich sagen das war für mich schon ein bisschen überraschend weil du sagst das richtig eigentlich brauchen die spieler wie in ali du wie in wenig damit sie eine alternative sind auch für ein spiel was jetzt weniger na ich sag jetzt mal gegen ja ein trainingsspiel charakter eigentlich schon hat weil eben ist klar dfb pokal gewesen und die waren total motiviert und es war jetzt auch nicht so dass wir total dafür hast du ja dann eigentlich auch um dann das so im großen also um jetzt überhaupt erst mal auf so ein grundniveau zu bringen dafür hast du ja die zweite mannschaft eigentlich ja 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 aber zweite mannschaft ist so weit weg von ja aber um überhaupt erst mal spielpraxis zu kriegen um überhaupt wieder den rhythmus in den körper rein zu kriegen samstag wird fußball gespielt ist das ist das ist richtig auf jeden fall trotzdem ja aber da spielst du auch nicht mit den jungs zusammen und du sagst ja auch einen gewissen automatismus oder mal eine gewisse zusammengespieltheit da brauchst du vielleicht auch ein paar mehr spielminuten ja richtig ali du gut dann muss man sagen klar so wurde jetzt entschieden das hat ja auch am ende alles funktioniert und wir sind ja auch froh und ich bin auch froh dass er im endeffekt die fünf wechsel zumindest da noch vollzogen hat und auch ein ali du dann schon in der sechzigsten kam lario in der sechzigsten kam also die haben ja im endeffekt jetzt nicht dass wir hier 90 minuten durchgespielt haben mit der mit der mannschaft trotzdem nicht klar wir viele reden immer und ja die mannschaft ist angeblich fit aber es sind auch eben immer noch ich weiß gar nicht wie viel englische wochen haben jetzt noch drei dann ist ja bis zum letztes spiel haben wir wenn ich das richtig im kopf habe gerade am 13 november also ab 15 ist auch hier diese komische lila luftschlangen veranstaltung da in katar katar also das heißt auf jeden fall nächste 13 ist das letzte spiel gegen hier mainz das sind also noch drei englische wochen das heißt da ist wirklich noch viel 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 genau da ist noch viel viel programm also wir spielen jetzt ja am samstag gegen kladbach dann haben wir mittwoch marseille dann haben wir die woche drauf am 29 samstags zu hause gegen dortmund dortmund genau dann ist dann ist dienstag in lissabon in lissabon dann bist du samstag in augsburg ist auch irgendwie eine harte nummer fliehst du irgendwie montag nach lissabon fliehst mittwochs zurück ja gut wahrscheinlich werden sie dann direkt irgendwie richtung augsburg alles andere macht ja eigentlich gar keinen sinn genau also dann hast du dann samstags aus augsburg dann hast du unter der woche hoffenheim und dann darfst du sonntags mit dem schiffchen nach mainz fahren äh um dir dann hier noch äh irgendwie weiß ich nicht was ja klar also wie gesagt ich hoffe halt einfach dass jetzt auch äh uns das verletzungspech nicht noch weiter verfolgt ich finde wir haben definitiv einige ausfälle ja jetzt gehabt die ja ich sag mal schon schmerzen man merkt auch wie wie schwierig der karler sich dann doch tut gerade diese nachrücker äh schnell eine einen ersatz zu bieten oder eine ja ich sag mal einen konsequenten ersatz äh darzustellen ja da muss man einfach meiner meinung nach aber gut das ist jetzt wieder wie du sagst jetzt kann ich so leicht reden weil da haben wir 2-0 gewonnen und am ende äh erzählte dennis hier ein vom vom pferd ja äh will ich gar nicht aber im endeffekt ist das für mich eine möglichkeit eine verschenkte möglichkeit ein bisschen gewesen noch mehr junge spieler die bisher vielleicht wenig spielzeit bekommen haben in den kader zu bringen und älteren und da muss man insbesondere sagen auch anfällige spieler wie rode einfach mal ein bisschen rauszunehmen schade dass wir auf der innenverteidiger position überhaupt keine alternative mehr jetzt dass wenn du jetzt guckst du spielst mit smolchic jakic und tuta und tuta spielt auch noch wieder nicht so souverän wie ich das sehen will gegen was ist stuttgarter kicker ist fünftlig ist das ist schon also da merkst du der hätte normalerweise auch unbedingt mal eine pause gebraucht jetzt hast du indica wenigstens mal ein paar spielminuten nicht eingesetzt aber trotzdem also bin ich bin ich wirklich das ist schon hart dass wir da so wenig alternativen mittlerweile haben da drücken wir jetzt einfach mal die daumen dass es jetzt nicht noch vor der wm noch noch krasser sich ausdünnt und nach der wm auch einige wieder zurückkehren und bis dahin dann auch ein bisschen ja nicht nur im trainingsraum sondern auch mit der mannschaft trainieren konnten das ist hier schon eine situation gegen so gegner wie gesagt ich will stuttgarter kickers nicht kleinreden aber es ist eben fünftlig ist gegen bundeslig ist das musst du normalerweise auf dem papier zumindest gut entscheiden das haben wir jetzt auch geschafft trotzdem da kommen jetzt sogar liebe rené wir haben vorhin noch drüber gesprochen mittwoch dann marseille oder auch lissabon da da musst du aber mehr zeigen als teilweise hier gegen im fünftlig ist wo du dann schon klare schwächen wieder offenbart hast die du auch immer noch hast aber können wir gleich noch ein bisschen ins detail gehen also ich hatte jetzt ja nicht das gefühl dass das jetzt großartig gegen gegen die kickers da jetzt irgendwie gefährdet gewesen ist ja da war jetzt nicht man ist jetzt nicht jeden letzten meter irgendwie gegangen ist aber glaube ich auch normal und wird auch jetzt nicht unbedingt an der stelle erwartet weil du ja weißt was jetzt dann einfach auch da steht das hast du am wochenende in der liga ein ordentliches spiel abgeliefert jetzt musst du halt am samstag gegen gegen glattbach ran da willst du natürlich jetzt auch nicht irgendwie was verschenken und so also das war für mich schon schon okay und ich glaube das ist auch jedem bewusst dass man da in den an gegen die anderen gegner da jetzt mit so einer ich nenne es jetzt mal zurückhaltenden leistungen nicht unbedingt punkten kann aber wie du ja auch zu recht gesagt hast auf dem papier war die nummer ja sehr eindeutig so von daher ja ich will das jetzt auch nicht so hoch hängen und das ist auch definitiv so sagst dass man merkt ja auch dass die spieler ja alle im gang mal zurückgeschaltet haben und entsprechend ja auch mal eher der querpass als der steilpass gespielt wurde alles gut die kickers sind jetzt auch nicht unendlich angerannt die werden halt auch also genau auch nachvollziehbar mein gut sie haben es natürlich immer mal wieder probiert da war natürlich auch der wunsch da da jetzt irgendwie ein tor zu machen aber am ende merkst du halt auch okay ein klassenunterschied ist vorhanden die müssen ja dann auch durchaus noch in der liga punkten die wollen ja auch aufsteigen da wirst du jetzt auch nicht in der 99. oder in der 89. minute noch irgendwie auf biegen und brechen den voll sprint von einer hälfte zur anderen irgendwie ansetzen so also von daher was man auch sagen muss ist das tor kolomuani insbesondere ist natürlich ein tor was du auch gegen eine deutlich bessere abwehr klar hast du dann vielleicht nicht den platz musst du das vielleicht noch ein bisschen mehr erkämpfen aber es war natürlich hervorragend rausgespielt das war ein sehr schönes tor wahnsinn und auch der smolchitsch kopfball das sind einfach tore die kannst du auch gegen einen viel stärkeren gegner machen ja gerade auch dann war es entschieden und dann hast du nochmal zwei gänge zurückgeschaltet alles gut gerade auch das smolchitsch ding dass du halt einfach sagst okay ein tor nach einem standard das war sein erster startelf einsatz er hat sich das auch mehr als verdient der macht das auch clever sich da irgendwie im schatten von dem abwehrspieler dadurch der wollte ganz genau dahin in der vollen hoffnung dass der ball da auch wirklich hinkommt und er hat das echt solide gemacht also von daher kannst du da halt auch gegen die tore absolut nichts sagen ne auch wie du sagst standards und tore machen probates mittel auch sicherlich für dann andere gegner und wie gesagt sie werden nun mal nicht schwächer auf dem papier und in realität dann wahrscheinlich noch viel krasser also ich muss jetzt wirklich sagen halten wir uns gar nicht zu lang wahrscheinlich jetzt noch mit dem stuttgarter kickerspiel auf es war auf jeden fall wirkte am fernsehen hat man es konnte man es von der atmosphäre her schon ein bisschen ja ich fand aufsaugen und hat gesagt mensch das erinnert einen ja wirklich hier du sagst das 90er jahre cool hat einfach scham hatte einfach scham sowas von sowas von ja und wenn man schöne spiele sehen will dann weiß man ja wo man hingucken muss dann hatte man ja das spiel vom vergangenen wochenende gegen gegen leverkusen samstagmittag ja man wusste dass leverkusen seit ewigkeiten nicht mehr oder ich glaube sogar noch nie im waldstadion gewonnen haben maximal unentschieden gespielt und trotzdem auch immer wieder ja so ein bisschen angst trotzdem davor gehabt wie dieses spiel am ende des tages ausgehen kann gerade auch nachdem ja leverkusen unter der woche in hier internationalen wettbewerb 3-0 gegen porto das pechtern da hatte dann auch noch mit den mit den zwei elfmetern die sie kassiert haben dann guckst du noch auf die schiedsrichteransetzung und siehst dass dann da freund willen borg wieder zur pfeife greifen darf und dann siehst du noch dass hier ähm unser lieblings äh sky kommentator dann auch da am mikrofon sitzt und dann denkst du ja so ja alles klar der tag ist sowas von gebraucht am ende des tages war er auch gebraucht nur halt für die andere mannschaft nicht ja wahnsinn also ich konnte ja zum glück live im stadion gucken dementsprechend hat mich der moderator of sky nicht genervt aber du sagst es es war natürlich auch wieder so ein verlauf vom spiel äh ja ich sag mal gerade dann auch diese elf meter der ja im ersten versuch dann mal ja sozusagen schön schön versemmelt wurde dann geht es auf einmal ah was ist das hier geht auf einmal der schöne sound an es wird überprüft dann ist ja oft ja wie gesagt diese bewegung oder einer ist schon zu früh reingelaufen das konntest du so noch gar nicht so richtig sehen im stadion und dann wird er wirklich wiederholt und dann muss muss man ja sagen rené das war eigentlich die eine geilsten szenen überhaupt kamada der einfach sich das ding schnappt und sagt ich zeige jetzt mal wie ein elf meter geschossen wird und das ja dann auch gleich zweimal ist natürlich schon da zeigt der 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 schüchterne der immer gesagt wird der schüchterne japaner der erst noch zeigen muss dass er führungsqualitäten hat also da muss man wirklich sagen also ich weiß auch gar nicht ich weiß auch gar nicht ob er sich wirklich den ball genommen hat für mich hatte es mehr so ein bisschen den eindruck und das fand ich auch prinzipiell die eine gute entscheidung dass dann muani da gesagt hat so nee ich mach nicht also normalerweise würde es ja dann sagen der schütze der vorher geschossen hat schießt noch mal jetzt muss man aber schon auch dazu sagen der elf meter war halt auch schlecht geschossen der erste also klar geht radetzky da vorher von der linie weg das machen aber auch andere torhüter deswegen gab es ja auch im vorfeld zu dem zu dem spieltag dann auch noch mal die ansage oder eine woche vorher oder zwei wochen vorher die ansage von dfl dfb da jetzt einfach auch muss was über der linie bleiben also mindestens mit einem fuß muss er ja auf der linie sein ja aber der elf meter von muani war jetzt auch nicht wirklich optimal geschossen das war schon so ein bisschen also halb hoch halb rechts auch nicht mit viel druck und als dann klar war dass der elf meter wiederholt wird habe ich schon direkt gesagt den sollte muani jetzt nicht noch mal schießen weil ich glaube das macht auch was mit so einem spieler dann gedanklich wenn du das ding jetzt noch mal schießt du hast noch eine chance und du schießt das ding dann irgendwie drüber oder der wird noch mal gehalten also ich weiß nicht wie was das tatsächlich mit so einem fußballspieler macht aber wenn ich überlege wie ich in dieser situation dann drauf wäre ich könnte für die zweite halbzeit nicht mehr gebrauchen ich wäre halt einfach frustriert wir sind aber auch keine fußballprofis aber du hast sicherlich recht ja aber als ehrgeiziger junger mensch der halt dann da auch tore schießen will und dann bekommst du hast du schon mal das glück und darfst dann noch mal und das ding dann noch mal zu verschießen also ich glaube das risiko war an dieser stelle zu groß das hat er so habe ich das zumindest auch ein stück weit wahrgenommen für sich auch verstanden so ey nee lass mal jemand anderen und wie du schon sagst ein kamada ist dann bereit da die verantwortung zu übernehmen und es war wieder die gleiche ecke ist auch kostet auch schon mal mut einfach das ding dann noch mal in die gleiche ecke zu schießen es war wieder halb hoch aber halt viel präziser mit viel mehr druck radetzky geht ja wieder in die gleiche richtung und alles fein und sind wir mal ganz ehrlich eigentlich hätte dieser elfmeter auch wiederholt werden müssen weil ein frankfurter spieler auch viel zu früh in den 16er reingelaufen ist also das habe ich das habe ich jetzt gar nicht verfolgt gehabt aber kann kann natürlich ja als der ball als der ball einschlägt war schon einer im 16er drin okay okay also da war auch schon einer frühstart mäßig unterwegs ich weiß jetzt nicht mal wer es war aber klar für für lewe aus leverkusener sicht ja es ist die nachspielzeit der ersten hälfte der ball war schon mal komplett wieder irgendwie weg dann wird das ding dann doch wieder irgendwie einkassiert dann wird dieser elfmeter noch mal wiederholt dann kriegst du das ding da irgendwie in der fünften minute nachspielzeit der ersten hälfte das ding da rein nachdem du gegen gegen porto zwei elfmeter bekommen hast und ein tor irgendwie abgefiffen bekommen hast also hast du schon quasi einmal so richtig tief mit beiden händen in die jauche grube das dfb reingefasst an der stelle ja und dann auch im weiteren verlauf ne dann macht hier kollege hinkepi oder wie auch immer er ange ausgesprochen wird macht dann da das 1-1 und dann dauert es halt irgendwie zwei minuten und dann pfeffert dir moani da einen kopfball rein nach einer wunderbaren vorbereitung von lenz da denkst du ja auch so ja alles klar haben wir haben wir verstanden und dann fangen sie an dich reihenweise auseinander zu nehmen ich weiß nicht was mit lindström los ist aber dieses 3-1 das war ja mal das war der lupfer ne das war der lupfer ja 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 okay das war natürlich geil also nicht nur dass du jetzt irgendwie hier schon reihenweise elfmeter kriegst dann kriegst du auch noch so einen chipball da reingelupft also ja da wird das schon unangenehm ja überlegst schon was kann ich jetzt machen dass ich hier irgendwie frühzeitig vom feld runterkomme ja gelb rote karte zum beispiel kollege hinkepi sagt so alles klar ich habe keine lust mehr lässt sich hier mit gelb rot noch mal früher zum duschen schicken ja super also muss aber wirklich sagen wir wir lachen jetzt und und machen uns hier jetzt so ein bisschen lustig drüber also ja ich glaube schon sagen herz herzmäßig ist das schon wenn du normalerweise gab es schon oft genug zeiten eintracht 1 0 schön geführt oder jetzt ist erstmal die entscheidung richtige richtung gefallen dann kriegst du so einen blöden ausgleich und es sieht ganz anders aus dass wir dann so souverän da merkst du auch dieser entwicklungsschritt und die qualität natürlich im kader du sagst es bitte mehr lenz bitte öfter so und nicht wie es in tausend anderen fällen oft der fall ist dass die dinge halb hoch sinnlos irgendwie verhungern nein genial genial vorbereitet super abgeschlossen und da natürlich dann ja den richtigen weg für das endergebnis dann auch schon gewappnet dass auch lindström natürlich dann den individuellen fehler so ausnutzt und dann das ding da noch so schön rein lupft genial wirklich kamada dann zweiter elfmeter auch souverän prima und am ende und das hat mich wirklich sehr gefreut dass endlich alario zu seinem tor auch mal gekommen ist und uneigennützig vorab von boré so in szene gesetzt wird also da hast du natürlich zwei punkte zum einen dass alario sein tor macht aber auch dass ein boré der sich unter der woche eben dann ja beklagt wegen spielzeiten dann auch einfach das mitgefühl und das verständnis für den mitspieler hat um dann diesen ball da noch mal quer zu legen also ist halt wichtig nein super also muss man muss man wirklich sagen und du sagst dass am ende ist es ein tag für uns zum feiern gewesen du hast auch gleich gesehen eine schöne szene die man im nachgang des spiels noch ich weiß gar nicht inwieweit wahrscheinlich hat sky nach zwei sekunden wieder weggeschaltet und hat in die werbung ja natürlich also also was du sehen konntest war viele der leverkusener wollten halt sofort weg und nicht mehr in die kurve gehen und radetzky ist dann in richtung kurve und war richtig sauer dass dann da keiner mitgegangen ist und hat ja dann auch den anderen dann dann noch mit wieder hingezogen so da merkst du das ist so dass die seele noch die leverkusen hat dass so spieler sich dann noch einen arsch aufreißen sonst könntest den verein wahrscheinlich noch mehr vergessen jetzt momentan was sind sie tabellenplatz 16 ich weiß gar nicht genau oder ist noch mal einer finden vorbeigezogen am spieltag nicht weiß gar nicht weiß es gar nicht ich kann es ja nicht sagen ich hatte ja doch doch es sind 16 und dann kannst du schon sagen ist schon ist schon krass dass dieser verein so wieder na ich sag mal an an spielern an spielern wie radetzky müssen die wirklich dreimal einen kuss geben dass sie so jemanden überhaupt haben weil der verein ist momentan total am arsch normalerweise ist die eintracht immer ein klassischer aufbau gegner für solche dödeltrupps gewesen nenne ich jetzt mal und jetzt haben wir es wirklich geschafft mal souverän fünf eins richtig schöne klatsche und noch einen draufgegeben wunderbar freue ich mich dass die eintracht diesen entwicklungsschritt auch endlich gegangen ist und einfach souverän auch dieses wie gesagt blöde erst mal ausgleichstor wegzustecken zwei minuten später einfach dann das 2 1 zu machen das zeigt wir sind wirklich mittlerweile auch mental und so angekommen dass uns nicht mehr sofort jede kleinigkeit aus dem konzept bringt und das obwohl wir und das darf man nicht vergessen auch bei dem spiel ja schon erheblich umstellen mussten weil ja auch die anderen nicht zur verfügung standen eigentlich also unsere unsere typischen außen sage ich jetzt mal waren ja da schon nicht mehr dabei ist ja schon an der stelle auch mit einem mit einem jakic in der innenverteidigung gespielt der wie ich das fand im vergleich zu den letzten spielen der da als außenverteidiger gemacht hat ein echt solides spiel gemacht hat ja ich fand diese position und diese rolle da hat ihm viel besser gelegen war das in lens auf den außen und du hattest da auch schon eine bimbe auf der außen der mir ja schon in der variante wie es dann gegen gegen tottenham dann ja auch war schon sehr gut gefallen hat wie er da auch durchaus betrieb gemacht hat wie gesagt meine favorierte doppel sechs auch so und kamada finde ich immer geiler und allein wenn ich halt sehe wie ein ein kamada in der 85 minuten diesem sprint ansetzt um den leverkusen spieler hinterher in der in der fluggrätsche dem den ball wegnimmt und dann quasi mit der hacke den ball noch vorm aus dann rettet und dann da wieder ins feld zurückbringt wohl gemerkt beim stand von was dann 4 1 gewesen da stand es schon 4 1 und auch sagen würde es ja kommen ob es jetzt 4 1 oder 4 2 ist who cares aber kamada einfach ein 25 meter sprint fluggrätsche den ball erwischt und mit einem feinen füßchen dann da raus also das hat halt einfach generell alles gepasst du musst auch immer sagen klar die eintracht konnte natürlich auch gerade die spieler die das potenzial haben konnten so glänzen weil leverkusen auch überhaupt keine gegenwehr gegeben hat also das gehört zur abwehr natürlich oder zur zur wahrheit dazu die abwehr von leverkusen war auch an dem tag nicht wirklich existent also ich weiß nicht was alonso denen da irgendwie ins essen getan hat aber geholfen hat definitiv nicht und wir müssen es man muss wieder sagen wir haben es ausgenutzt wird die spieler haben richtig schön performt und du sagst es einfach die grund vor aufstellung und da würde ich auch ungern groß wechseln du merkst sie haben sich gefunden das funktioniert gut dann hast du auch hier an dem spieltag ja auch ja vier verschiedene torschützen gehabt auch wenn kamada ja gut zwei mal elf meter aber ansonsten sehr breit ja aber prima so soll es doch sein der hat halt jetzt der junge hat jetzt schon irgendwie sechs sechs buden gemacht und irgendwie weiß nicht wie viele scorer punkte also vorbereitungspunkte ist halt gerade auch richtig geil unterwegs müssen wir auch unbedingt schauen dass das mit einer ja mit dem vertragswesen wenn man sicherlich in einer anderen oder meiner sonderfolge irgendwie in der in der winterpause sicherlich auch noch mal dazu kommen mal schauen was sich da noch entwickelt aber du merkst wie wichtig so ein spieler mittlerweile für die eintracht ist ich wollte gerade sagen also sechs tore vier vorlagen also zehn scorer punkte hat er schon ja ist so ein bisschen ja zweischneidiges schwert auf der einen seite freust du dich und willst dass da auch ganz viele irgendwie agieren und auf der anderen seite denkst du halt auch so der junge hat halt gerade einen auslaufenden vertrag und mit jedem es ist tor grätsche was auch immer die der da macht wird halt einfach auch dieses verlängern mit kamada wird halt immer teurer und umso mehr würde es natürlich auch wehtun wenn du halt nicht verlängerst ja beziehungsweise in dann im winter abgibst du damit überhaupt noch was verdienst das ist ja das fürchterliche ja 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 dann reißt du aus so einem system raus und wichtigen spieler im winter das bricht dann kann schnell sehr viel zusammenbrechen aber das kann passieren dass da ein angebot kommt wo du sagst okay also entweder gar nichts verdienen oder jetzt noch mal im winter gut abkassieren das ist halt dann auch leider leider wirtschaftlich nachvollziehbar wenn dann so ein spieler uns noch verlassen würde aber gut wollen wir jetzt nicht einen teufel an die wand malen und ist auch zum glück noch ein bisschen hin ich glaube festhalten kann man kamada ist absolut geil unterwegs ist so langsam hat sich das system auch wieder ein bisschen gefunden auch wenn ich immer wieder dann auch lese nach dem motto von wegen klasner fürchterlich kann nicht bei einem system bleiben ständig wechsel dadurch was ist denn hier los vierer kette hat er schon wieder nicht jetzt sind wir wieder bei der dreier kette ja mein gott funktioniert doch also man muss sich ja auch so ein bisschen daran orientieren was du da an spielern zur verfügung hast das ist das nämlich genau und da finde ich ja prinzipiell gut wenn du dann einen trainer hast wie ein glasner der zwar sagt okay ich habe eine spielidee und ein system im kopf aber ich stelle fest das würde jetzt auch nichts bringen auf biegen und brechen hier jetzt einfach das den stiefel durchzuziehen und hier irgendwas zu erzwingen sondern dann auch so ein bisschen auf das zu hören und zu gucken was da funktioniert und dann auch den richtigen leuten chancen zu geben und sie zu motivieren und also ich kann mich da momentan nicht wirklich beschwert also ergebnis technisch sowieso nicht klar bitter dass du gegen tottenham da nichts geholt hattest aber das ist halt einfach versteckste nicht drin ja wobei man auch sagen muss im hinspiel ja dann unentschieden rauszuholen wenn du halt eben gegen eine offensiv abteilung wie ein son und kane und richarlison verteidigen musst da halt einfach mit einem 0-0 rauszugehen ist schon mal eine sehr solide leistung in tottenham eben mit der mannschaft die dann halt auch individuell durchaus da klasse hat ja sie haben verloren aber es war jetzt auch nicht komplett chancenlos sie haben ja auch gut geärgert kann man jetzt auch nicht wirklich böse sein also von daher ja ist ein bisschen ärgerlich weil halt einfach die 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 tabellen konstellation dann jetzt auch spannend ist aber ja mein gott wir spielen champions league wir spielen gegen tottenham in einem pflichtspiel die halt einfach einen kader haben der immer noch drei vier mal so teuer ist wie unser kader ja klar also war jetzt nur so dass von den letzten spielen klar hätte ich jetzt noch den supergau bochum auspacken können ja gut aber das kamellen da haben wir einen haken dran gemacht genau dementsprechend nein jetzt müssen wir einfach schauen wir spielen überall noch mit wir haben auch überall die möglichkeit das ist ja das verrückte wir können immer noch haben alle chancen auch in der champions league noch weiter zu kommen also im moment ist es doch wirklich es macht richtig spaß und das spiel am samstag ja was ein bisschen schade war jetzt muss ich eine sache noch mal hierbei sagen ja war wirklich die ich sag mal die besuchsmoral der fans also es war sehr sehr schwach teilweise besucht muss man wirklich sagen leute die eine dauerkarte haben viele plätze frei geblieben auch im steher war unglaublich viel platz muss man wirklich sagen was ja auch eher untypisch ist von der zahl her war es glaube ich gar nicht so schlecht besucht von der offiziellen zuschauerzahl hast aber auch gesehen alle haben eindeutig viele ihre dauerkarte an dem tag nicht eingesetzt ne wirklich wirklich schade wirklich ein bisschen ja respektlos ist der falsche ausdruck aber leute das ist auch so was nicht nur europa fahren bitte auch ist zwar schön und gut aber bitte auch die bundesliga auch wenn ein klub kommt wie leverkusen wäre es schon schön wenn voller support und die hütte voll ist hat jetzt funktioniert und edge of edge muss man dann auch sagen habt ihr ein geiles spiel verpasst euch live anzugucken aber das ist schon war schon teilweise erschreckend ich habe da bilder auch gesehen gehabt wo ganze reihen im ja dauerkarten die normalerweise auch als dauerkarte genutzt werden freigeblieben sind ja also ein bisschen ja das ist schade aber gut das war sowas kleine kleine mini kritik noch sehr gut ist ja auch wichtig ja dann dann lass uns doch mal auf den jetzt dann kommenden samstag schauen da müssen wir ja ran gegen klattbach am samstagabend 18 30 ist das top spiel ja und sagen wir mal so also man man wünscht ja jetzt keinem irgendwie verletzungen aber das natürlich jetzt ausgerechnet in jan sommer der jetzt ja auch in dieser spielzeit auch schon extrem gute spiele hatte dass der für glattbach ausfällt ist für uns natürlich ein enormer vorteil und für glattbach ein enormer nachteil der ersatzteurhüter sippel hat jetzt glaube ich auch sehr wenig bis gar keine spielpraxis stand ja jetzt unter der woche schon gegen darmstadt im tor da ist ja dann auch glattbach aus dem pokal ausgeschieden also ist glaube ich für uns dann schon durchaus von vorteil die haben ja auch eine relativ lange verletzungsliste und das dann jetzt ausgerechnet sommer noch mit dazu kommt jetzt glaube ich auch mit der sprunggelenksverletzung das heißt der wird jetzt auch wahrscheinlich ein paar wochen irgendwie ausfallen also das hilft jetzt einer einem glattbach die jetzt auch nicht auf so einem idealen tabellenplatz sich aktuell befinden glaube ich auch nicht gerade weiter wobei in den glattbach sechster noch die sind direkt hinter uns ich wollte es gerade sagen die sind sechster ein punkt dahinter also ich muss sagen vergisst was ich gesagt habe da war ich jetzt gerade irgendwie gedanklich worden aber aber du hast recht also das ist unser glück jan sommer ist bestimmt auch jemand der gute leistung zeigt und entsprechend ein guter rückhalt für glattbach ist aber wenn sie schon gerade auch wenn sippel jetzt nicht viel spielzeit hatte und so weiter das ist auf jeden fall was wo wir unseren nutzen draus ziehen sollten trotzdem muss man auch wieder sagen die eintracht kann wenn sie einigermaßen performt und einigermaßen an ihre leistungsgrenze rankommt mit dem kader der ihr zur verfügung steht auch glattbach locker mit dem mithalten und ich denke auch dass wir da gute chancen haben gegen glattbach gut punkte zu holen einzige wo ich immer ja vorsichtig bin ist das ist so diese da sind dann spieler wie ein stindl der dann doch wieder mal performt gerade bei so einem spiel oder ein hermann der dann lange nicht gespielt hat der dann reinkommt und dann gerade gegen die eintracht sind so die typischen typen oder hoffmann der dann irgendwie mal eine super idee hatte lange nicht gut performt hat und dann aber trotzdem fällt hoffmann fällt doch glaube ich auch aus der hoffmann fällt aus okay ich meine der hätte auch irgendeine verletzung frage mich jetzt nicht welche aber ich meine hoffmann wäre auch verletzt oder zumindest im aufbautraining ja gut also das ist natürlich für uns alles alles perfekt umso weniger von den spielern spielen können ja umso besser ist es spielern auf der anderen seite hast du natürlich also wer mit sicherheit spielen wird ist thüram der natürlich jetzt auch mit sieben toren in der liste gerade auch also der ist kamada gegen thüram also mal gucken wo dann hier mehr tore fallen das könnte auf jeden fall interessant werden ja der performt natürlich immer und player ist auch jemand der natürlich vorne gut dampf macht aber das sind das sind so die spieler bei der eintracht ist ja oft so gegen so gegner ist es dann so jemand kommt der lange nicht gespielt hat oder lange irgendwie verletzt war oder nicht viel spielzeit oder nicht so und sonderlich gute spielzeit hatte kommt er zu uns ins ne wir spielen ja bei denen wir spielen ja gar nicht zu hause das heißt das ist dann trotzdem was acht dann macht der ein lauf und dann ist ein blödes turn dann ja das ist normalerweise so diese alte eintracht die wir heute hoffentlich nicht mehr haben sondern dann wird einfach so bei wochen noch hatten aber die ist jetzt geschichte genau die haben wir jetzt abgehakt und ne also meiner meinung nach du hast richtig gesagt wir müssen ein bisschen aufpassen weil im endeffekt glattbach schon auch ein gegner ist der potenzial hat sechster platz ja ist auf jeden fall auch was wenn du die natürlich auf abstand halten kannst ist ein wichtige ist ein eindeutiger konkurrent um die obwohl das alles so knapp ist ich habe wenn mal in die tabelle geguckt ich glaube hoffenheim mit 17 punkten vierter und meins mit 15 punkten elfter ja das ist schon das ist schon verrückt also ja es spielte bei einem spieltag geht alles hoch und runter nein das ist schon das ist schon heftig aber wie gesagt gegen glattbach punkten am ende wäre schön wenn man da auf jeden fall gut performen und wenn man einigermaßen die leistung gegen wie bei leverkusen natürlich wird glattbach uns vielleicht nicht ganz so viele räume bieten und nicht ganz so katastrophal individuelle fehler machen trotzdem bin ich optimistisch dass wir da auch was holen können was ist denn dein gedanke zur aufstellung weil wir haben ja auch die thematik wer fehlt denn bei uns dann haste befehlt halt auf jeden fall ist noch jemand gesperrt du hast ja das thema du hast zum beispiel ein tutor der ja dann unter der woche in in der championship gesperrt ist genau so der spielt auf jeden fall der wird auf jeden fall spielen aber du willst natürlich auch dem ersatzmann der dann da spielen wird dem willst du halt spielpraxis geben und gleichzeitig braucht ja der ersatz für ein hasebe vielleicht auch spielpraxis ja also du meinst ja gut die die frage ist hier an der stelle trotzdem müssen wir hier gucken dass wir auch in der bundesliga ja ja das ist wirklich was dass wir gegen glattbach mitkicken also ich denke schon das tut da frage du willst also wir gehen mal davon aus dass ein dass ein jahrkitsch wahrscheinlich irgendwie ersatz für den einen ist und ein smallschutz wahrscheinlich der ersatz für den anderen wie du das dann nachher in der champions league tatsächlich aufstellen würdest ist noch eine andere frage aber das sind die beiden die für kamada und tuta dann da in der champions league quasi die die kompensation sind und das heißt die müssen aber beide irgendwie spielen so ich würde jetzt aber auch nicht das risiko gehen jetzt dann wieder an den dicker draußen zu lassen und ich würde auch nicht unbedingt ein tuta draußen lassen wobei es natürlich eine gute gelegenheit wäre schon mal dann dieses modell zu üben und dann tuta da tatsächlich irgendwie eine pause zu geben wobei ich aber nicht weiß welches signal das dann an den spieler ist ich meine klar das system erklären muss ist gegeben aber trotzdem ist es dann natürlich halt einfach dann doof also da muss ich dir ganz klar sagen wie ich es aufstellen würde das ist mir das bitte weil ich komme gerade mit meinen gedanken da nicht zurecht tuta jakic und den dicker und liegt aber eher dran smallschitz wird nicht schneller durch spielerfahrung hier das einzige was er dadurch hat ist auch dieses etwas bessere stellung spiel ja das muss man sagen aber gegen gladbach und du hast gerade schon den sturm genannt da kannst du eigentlich nicht mit einem spieler spielen der ich sag mal tempo technisch mit einem hase be konkurriert sag ich jetzt mal und einfach weniger erfahrung hat ja deshalb ist für mich smallschitz hier keine variante die ich hier spielen lassen will okay das heißt deine abwehr wäre indika jakic und tuta wie sieht ja mit den außen zu mit den außenbaden links rechts aus bleiben wir dabei lenz und ebimbe meiner meinung nach ja ist für mich auf jeden fall die mannschaft du hast wenn was gutes gesagt nämlich einspielen und gucken dass du automatismen reinbekommst und so weiter ich würde fast so spielen wie jetzt hier die spiele gegen leverkusen das heißt wir machen dann so und kamada respektive rode da müssen wir einfach gucken inwieweit das von vom ja war es halt kamada aber du hast ja gesagt kamada gefällt dir gut auf der doppel 6 also für mich super auf der doppel 6 und kamada hast du halt gegen die stuttgarter kickers durchaus geschont genau ja und dann hätten wir in der offensive götze lindström muani ist normalerweise für mich die elf die da anfängt gerade auch geschwindigkeit lindström hat halt auch einfach extrem viel geschwindigkeit genauso wie muani auch und muani ist halt einfach ein bombastischer brecher da vorne drin so ist es ja den jetzt nicht spielen zu lassen also ich weiß nicht was sich da geritten haben muss aber machen kannst du das eigentlich nicht ja ist auf jeden fall so und um ein bisschen beruhigung und ein bisschen in der defensive dann ja sozusagen ausgleichen zu können könntest du auch ein rode noch bringen aber du hast genau das richtig auch gesagt ich denke auch dass ein rode eher beim spiel marseille wieder spielzeit bekommen wird ohnehin das heißt vielleicht kamada jetzt von anfang an einfach ein bisschen ja gut aufteilen denn schlecht ist das auf keinen fall das ist die die können das die jungs die wir jetzt hier aufgestellt haben und bin ich eigentlich optimistisch die situation lenz und die bimbe muss man ja sagen es stellt sich ja ein bisschen von selbst auf die alternativen es ist einfach keiner fit geworden bis jetzt pellegrini ist nicht wirklich fit auf rechts touré hat halt auch erst gerade so ein bisschen da wieder den weg reingefunden oder also chandler da muss man sagen ja ist vielleicht auch schade um ihn dann da an der stelle aber ich finde schon dass eben dann qualitätstechnisch da noch mal irgendwie mehr impulse bringt ist so auf jeden fall vielleicht wechselt auch intern noch ein bisschen hin und her durch muss man dann schauen aber wenn du natürlich ne bimbe auch drauf hast kannst du vielleicht auch vom vom system her noch mal ein bisschen umstellen das ist ja auch immer einer der schönen in der zentrale noch mal was reißen kann aber gucken wir einfach mal ich würde sagen wäre für mich auf jeden fall eine ausstellung wo ich keine angst hätte ich auch nicht also super einzige ja ob jakic im endeffekt immer besser rein findet oder dann auch habe ich auch ein paar stimmen gehört dass man da einfach also diese diese innenfeld ich nenne es mal die defensiven mittelfeldspieler in die innenverteidigung zu ziehen hat ja teilweise gut funktioniert wir wissen es ja hast ja auch so ein klassiker dafür bei anderen spielern wenn das so aus dieser not heraus passiert ist dann ist das oftmals dass eben diese abgeklärtheit im strafraumbereich und so weiter nicht so der fall ist muss ich sagen bis jetzt alles in ordnung hat nichts komisches sinnlos verursacht ist in bundesliga noch weniger problematisch in der geschichte um dann euro league euro league sei schon champions league ist ist natürlich dann schon so was wenn du diese letzten entscheidungsspiele hast und da darf natürlich hier hinten nichts anbrennen muss aber auch wieder sagen wer ist die alternativen smolchic kann kann es genauso passieren aber gut muss man einfach gucken das ist halt wir haben einfach keine alternativen dementsprechend machen wir das beste daraus was wir haben und der jakic und so war und der smolch haben es beide bisher sehr gut gemacht die entscheidung ist für mich auf jakic gefallen einfach weil er ein bisschen mehr tempo ein bisschen mehr abgeklärt hat ein bisschen mehr spielerfahrung jetzt mitbringt auch aus den letzten wochen und monaten dementsprechend glaube ich drücken wir die daumen dass das am samstag einen schönen drei punkte für die eintracht gibt was ist denn dein ergebnistipp auch wenn wir jetzt hier kein dokument haben in den es reinschreiben kann frage ich mich trotzdem nein sieg für die eintracht und ich gehe davon außer es werden wahrscheinlich relativ viele tore fallen ich meine letzten spieltag hatten sie zwei zwei gegen wolfsburg gespielt die kladbach und ich tippe wir gewinnen drei zu zwei ich hatte auch gedacht an eine drei vorne dran wäre aber bei einem drei eins gelandet okay gerne ja einfach weil ich glaube dass auch in der defensive da durch den ausfall von sommer wie einen kleinen vorteil an der stelle hoffentlich vielleicht haben könnten würde mir gefallen auf jeden fall also guck mal wie lange war glattbach das große vorbild der eintracht oh gott wären wir nur so weit wie glattbach glattbach ist so toll und heute sagst du ja glattbach ist okay aber glattbach ist schlagbar wenn du einfach einigermaßen deine performance bringst ja das ist schon das ist schon ein entwicklungsschritt wahnsinn also wahnsinn da gebe ich dir recht ja dann lass uns doch vielleicht noch kurz auf das spiel da am kommenden mittwoch gucken weil wir werden es ja vorher nicht schaffen hier noch mal eine sendung aufzunehmen ja mittwoch abend du hast es gerade schon angesprochen jetzt kommen die entscheidungsspiele in der champions league es geht los mittwoch abend 21 uhr zu hause das rückspiel gegen olympic marseille hoffentlich ruhig hoffentlich ja also ich glaube ganz ehrlich nicht dass dieses dass das so ein thema dann werden wird also wir hatten es ja schon nach dem nach dem hinspiel von marseille besprochen dass das schon andere menschen sind die da auswärts fahren als die die da zu hause unterwegs sind oder sagen wir mal so die die da zu hause so einen stress gemacht haben die werden wahrscheinlich primär jetzt nicht auswärts fahren so habe ich das zumindest bislang verstanden ja und es halt auch einfach weil das wäre natürlich ein super grau ne also auch gerade wenn dann eine reaktion von uns kommt kann nur für alle schädlich sein und dementsprechend also glaube ich glaube ich nicht was ich aber schon glaube ist dass das auf dem feld ein durchaus offenes spiel und ein hart umkämpftes spiel werden wird jetzt nicht in form von von fouls wobei schon auch glaube ich da der ein oder andere auf beiden seiten dabei ist der auch gerne einfach mal so ein bisschen robuster in so ein zweikampf geht aber dadurch dass halt einfach beide vereine schon noch irgendwie eine möglichkeit haben und du musst halt marseille jetzt einfach zu einem gewissen grad dann da auch so mit auf distanz halten wird es halt schon einfach herausfordernd also da wird viel stimmung im karton sein auf den rängen aber auch auf dem feld das also du musst halt einfach gucken dass du da von anfang an meiner meinung nach sehr konzentriert unterwegs bist du darfst ja da wenig fehler erlauben ja da ist dir in der champions die generell keine fehler erlauben das haben wir ja mittlerweile gelernt dass das eiskalt ich glaube in dem spiel sogar noch ein ticken weniger bin ich voll bei dir und du hast was ganz wichtiges angesprochen spiel ist unglaublich wichtig für uns auch im im direkten vergleich dann am ende wenn es es ist so eng unsere gruppe es ist so ein ja ich sag mal du musst so oder so eigentlich gewinnen damit du überhaupt noch eine chance hast dann hast du dann ist das ja mit einem direkten vergleich sowieso gegessen an der stelle trotzdem ist für mich ja das wird eine harte nummer das wird eine harte nuss ärgerlich ist immer noch das auf der champions league das erste 3 0 gegen 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 sporting da haben wir halt ein bisschen mehr geld bezahlt beim ersten spieltag das ist halt leider so müssen wir jetzt alle durch hinspiel 1 0 gewonnen allen noch bekannt ist natürlich richtig geil gewesen daran ansetzen ich denke auch dass wir ein bisschen ja das macht schon auch denen dann wieder angst denn das ist immer schön wenn du ja das hinspiel gewonnen hast wir haben ja auch wirklich ja ich sag mal die besten voraussetzungen wenn du jetzt mit einfach noch ein sieg gegen glattbach am wochenende da rein rollst und dann wird das ein bisschen analysiert dann heißt die eintracht die ist hat momentan lauf die haben jetzt hier 5 1 gegen leverkusen gewonnen haben sind im nationalen pokal weitergekommen haben hier am wochenende auch wieder gewonnen und dann dass das ist normalerweise auf diese hype welle musst du einfach jetzt drauf und dann hast du glaube ich auch sehr sehr gute chancen dadurch in eine unglaublich gute situation zu bringen weil mit einem sieg du hast es gesagt rené ziehen wir auf jeden fall an marseille vorbei ziehen auf jeden fall an marseille vorbei parallel spielen tottenham zu hause gegen sporting ist für mich auch klar wer da der favorit ist ja also jetzt gehen wir mal davon aus was ja durchaus nicht unwahrscheinlich ist dass ein tottenham da gewinnt und wir gegen gewinnen gegen marseille dann stehen wir auf platz zwei in der tabelle und spielen dann eine woche später in sporting um ja alles oder nichts ja 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 also das ist ein spiel dann in sporting platz zwei und damit weiterhin eine runde champions league platz drei und damit weiter im europapokal oder halt platz vier was halt quasi der tonk ist ist leider in anführungszeichen ist noch alles möglich ist toll ja eigentlich dass wir uns so gut in unserer ersten champions league saison seit ja überhaupt es ist im endeffekt eine eine tolle tolle situation dass wir es gegen die mannschaften marseille und lissabon noch in der eigenen hand haben und dass wir jetzt die weichen gegen marseille stellen können denn ich muss dir wirklich sagen ich glaube dass wir hier was holen können dass der dass der dass der momentane form schnitt auch bei vielen spielern in die richtige richtung geht und die form kurve wirklich gut gut aussieht und dementsprechend macht das klar jetzt vor dieser elendigen winterpause und dann spielt es dem nächsten jahr einfach noch ein bisschen international und ich bin der letzte der der am ende dann schimpft weil wir es nur auf platz drei geschafft haben platz vier wäre wirklich bitter ja es war zwei wäre natürlich auch bei platz drei ganz ehrlich bei der gruppe wo wir jetzt dann einfach auch gesehen haben da ist alles offen also wenn du dir die anderen gruppen anguckst ist es in vielen gruppen wesentlich eindeutiger schon entschieden ja ja bei jern sind schon durch oder durch ist die bayern sind mit ihren zwölf punkten schon durch ja doch also sie könnten noch auf platz zwei irgendwie runtergehen aber ich glaube schlechter kann es schon gar nicht mehr irgendwie werden neapel ist durch in liverpool ist eigentlich auch fast durch ja die sind jetzt sechs punkte vor ajax also da passiert halt auch nichts mehr brücke in der gruppe ist halt auch schon durch die sind sechs punkte vor madrid ja also es sei denn ja gut torverhältnis aber dafür müsste dann zum beispiel ein atletico madrid müsste dann da jetzt plus zehn zehn tore aufholen in zwei spielen halte ich jetzt auch nicht unbedingt für so mega wahrscheinlich ist nicht komplett unwahrscheinlich aber ist da nicht erst ist nicht erst direkt der vergleich auch dann ja kann auch sein also sieg sieg deshalb ist das hier auch so wichtig dass wir einfach schauen ja also bitte tottenham bitte gibt auch gas nicht dass dann dem nicht so unentschieden bei rauskommt oder sonst irgendeine gülle und am ende scheitert dann es weiterkommt von der eintracht weil irgendein dämlicher direkter vergleich im ersten champions sieg überhaupt ist ein champions league spiel dann so eine entscheidende rolle spielt weil auch dieses 3 0 aufzuholen das ist natürlich auch noch in lissabon das war eine sportliche aufgabe da ja aber nichts ist unmöglich wir wissen es nicht also wir müssen jetzt einfach den den weg richtig in die richtige richtung schieben und das ist das muss gegen marseille gewinnen das ist ist einfach so ja da gebe ich dir komplett recht ja ich bin mal gespannt also ich habe richtig bock auf dieses spiel ich glaube das wird ein 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 richtig geiler fußballabend und was ja noch aussteht ist ja der erste sieg der eintracht in einer in der champions league im heimischen stadion darf man ja auch nicht vergessen wir haben ja bislang noch nicht im heimischen haus gewonnen und das wäre jetzt mal wenn wir davon ausgehen dass wir am ende keine weitere runde champions league lösen und vielleicht auch in absehbarer zeit über die liga nicht unbedingt wieder in die champions league reinrutschen wäre das jetzt erstmal die letzte chance um in einer champions league oder in der champions league einen sieg im heimischen stadion zu holen allein das sagt ja schon ganz klar wohin hier die reise eigentlich gehen muss ja und du bist im stadion heißt pflicht spiel sieg jetzt sagt man sieg ist pflicht ja wobei das gegen totten mir auch nicht funktioniert aber da war es zumindest ein unentschieden wir haben zumindest nicht verloren ja also das greide ich mir jetzt oder das den den punkt nehme ich mir jetzt einfach zu sagen so okay mit mir hat die eintracht zu hause in der champions league noch nicht verloren nicht verloren ja da lässt sich darauf aufbauen würde ich sagen bekommen ja nein prima also wie gesagt ausstellungen sowas das können wir ja leider heute überhaupt nicht irgendwie souverän oder da in irgendeiner richtung ja das ist wirklich mehr glaskugel lesen als sonst was schauen wir am wochenende wie es da läuft wie fit die spiele auch sind wie wir schon gesagt haben es sind ein paar positionen auf denen sicherlich ein bisschen rotiert werden muss einfach der leistungssteuerung mäßig auch her hast du immer gesehen belastungssteuerung nicht leistungssteuerung belastungssteuerung du hast auch gesehen dass ein rohde unglaublich gut performt in diesen internationalen spielen weil er unglaublich heiß ist da alles reinwirft was ja dann auch der grund wäre ihn dann vielleicht am wochenende gegen genau mal draußen zu lassen dafür mit einem kamada zu arbeiten also kladbach nicht leverkusen siehst du es ist einfach zu spät alles gut genau und dann dafür ein rohde dann wieder gegen marseille dann spielen zu lassen von anfang an und dann ist ja auch immer schön ja es ist ja immer toll wenn er da vorne steht und ja sozusagen beim schiedsrichter unser kapitän die dinge umsetzt man merkt ja selbst wie aufgeregt der da ist geil aber trotzdem wie was für eine vorfreude da ist ja ja also würde ich würde ich ihm gönnen auch dementsprechend schau mal schau mal ja aber genau nein sieg haben wir ja schon gesagt tipp für dich von deiner seite aus tipp für mich tue ich mich echt schwer also ich bleibe dabei wir wir müssen gewinnen ich will jetzt einfach diesen diesen sieg der eintracht zu hause in der champions league sehen wir müssen uns die karten offen lassen ich glaube es wird ein doch durchaus knappes spiel mit einem 2 1 für die eintracht okay ich hätte erst wollte ich sagen ein dreckiges 1 0 mit irgendeinem standard kopfball oder sowas aber wir müssen am torverhältnis auch noch arbeiten weil wir mit minus drei leider ein bisschen hinten sind das heißt ich tippe auf 1 2 0 ich würde sagen dann muss da aber auch zu 0 und dann muss da auch durchaus äh zwei drei tore machen ja genau aber also wie gesagt wer ist potenzial ist da gerade wenn lindström schön performt ein kolomoni kamada es gibt so viele namen die ich jetzt hier nennen könnte ja du kannst eigentlich keinen realistisch irgendwie rauslassen und du hast so viele denen du einfach wünschst da buden zu machen und die eintracht zum sieg zu schießen es ist halt schon einfach eine ganz besondere situation aktuell und götze nicht zu vergessen auch der auch leid der einfach auch so wahnsinnig viel immer wieder irgendwie tut und der so kreativ ist und der einfach auch zum teil pässe spielt wo ich mir denke so ja da sind aber deine spiel mitspieler sind noch nicht so weit dass die wissen dass du da jetzt hinspielen wirst und für dem ist mir einfach wünschen würde dass der sich auch mal wieder mit dem tor irgendwie belohnt und dann kommt da halt auch nichts bei rum also auch da bin ich sehr hin und her gerissen deshalb hoffen wir dass wir in der champions league überwintern wir ein bisschen zeit haben um diese automatismen und so weiter noch einzuspielen und dann kann das noch mehr spaß machen ja ja also wie gesagt wir müssen jetzt einfach gucken jeden tag genießen und da fängt es auf jeden fall in der champions league nächsten mittwoch geht es weiter und das wird so gut das wird so gut aber nun gut jetzt aber erst mal hier also ziemlich alles was an an fußballspielen rund um die eintracht jetzt gewesen ist abgehandelt und wir wollten ja auch nicht so lange heute machen und ich würde sagen deswegen leiten wir jetzt hier mal das ende der heutigen sendung an wir danken allen da draußen die entweder jetzt live dabei waren ihr findet übrigens auch den live stream link auf unserer seite genauso wie den hinweis wo ihr uns unterstützen könnt wir bedanken uns aber auch bei allen die jetzt hier die konserve gehört haben in den nächsten tagen vor dem gladbach spiel nach dem gladbach spiel morgens mittags abends wo auch immer wir wünschen euch auf jeden fall eine wunderschöne restwoche und ein schönes fußball wochenende und melden uns in der nächsten woche in gewohnter art und weise wieder bis dahin macht's gut tschöööö ö Hey! Hey! Es kann am Bahn아요! Hey! Hey! Es kann am Bahnommt! Hey, hey, El Granaband, boy Hey, hey, El Granaband, boy Hey, hey, El Granaband, boy Hey, 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 El Granaband, boy